Ja, ähm, hey, heute ist wieder Montag und, ähm, ja, Thema der Woche ist Kulachtergespräch. Ähm, geht das Video jetzt an? Ähm, ja, also ich hatte meine Kulachtergespräche beide schon und, ähm, ja, also, als ich da hingegangen bin, war irgendwie beiden schon klar, dass ich halt am falschen Körper bin, weil ich einfach schon so männlich aussah, vorher. Ähm, dass die einfach nur noch gesagt haben, ja, du bist, also, wir haben das eigentlich nur noch so bestätigt und, ja, das war dann bei beiden so und die fragen sich einfach über dein ganzes Leben aus, da mein es jetzt eigentlich noch relativ kurz war, konnten die mich nicht so viel fragen, sonst hätten die mich noch mehr ausgefragt. Die fragen, äh, wieviel Geschwister man hat, wo man schon überall gewohnt hat, wie oft man umgezogen ist, wie oft man zur Schule, also wie oft man die Schule gewechselt hat, all so neue Zeugs und, ja, ich denke, das war es jetzt so von meiner Seite, weil mein Handy damit eh nicht so viel sagen kann und ich würde auch noch sowas sagen und zwar werde ich wahrscheinlich nächste Woche und übernächste Woche kein Video machen, weil ich auf Klassenfahrt bin in München und danach die Woche auf einem Seminar in der Nordsee, ja, und das war es von mir und bis nächstes Mal.